Erste Mahlzeit. Hier, hier. Ich habe das Hackfleisch gleich alles weg, das kriegt nicht Hack. Das ist ja der Knall, du. Ui, das hat aber jetzt gut geschmeckt. Das hat aber jetzt gut geschmeckt. Hier, guck mal. Mal was richtiges essen, ne? Ui, hier. Schlacht am Buffet, hm? So fein schmeckt das, ne? Hier, guck mal. Hier, guck mal. Da gibt es noch was. Ui, hm? Ja, fein. Mitte in die Schüssel, hm? Die Klamier. Mitte in die Schüssel. Hm? Ja, guck mal. Upsala. Upsala. Alles weggeputzt. Sind sofort 250 Gramm. Weg sind sie. Ja, das gibt starke Bibis, gibt es. Hm? Hm? Der 21. Tag. Hier. Wo sie mal eine große Wippet fahren will, ne? Fein. Hier. Ja, das erste Mal. Wahnsinn, wie das immer funktioniert, gell? Ja. Es kann da, hm? Hier. Jetzt haben die Bibis, die das Hackfleisch wegfräsen. Hier. Das Rinderhack. Gleich ist es weg. Ah. Guck mal da, das kleine Wutz hier, das sitzt direkt hier im Teller. Ja, ja, was ist Sauerei, hä? Ei, 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 ei. Ja, ja, ja. Müssen wir erst mal sauber machen dann, gell? Hm? Die Bibis. Ui, 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 ui. Hm? Hier, guck mal. Ui, ui, ui. Klar, Elliot. Hm? Hier, ist mal fein. Guck mal. Guck mal, da ist noch. Hm? Ne, ne, es kann da, du watz jetzt mal. Du darfst dann den Rest essen, ne? Ja. Ja. So, jetzt kommen erst mal die Bibis dran, ne? Ja. Fein, ne? So. Ja. So.